Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Entschuldigt die Verspätung, es ging leider nicht anders Zu mir spricht da gar nichts an deiner Fassung Da kann man nicht einfach alles raushauen, um es danach mit ein bisschen Küchenpsychologie-Scheiß dann aufzugießen Ich bin gleich wieder da, ok? Sag mal Salz ist alle, hast du Salz gekauft? Nein, ich war bei meiner Arbeit Ist ja gut, ich gewöhne mich dran, ok? Ja Papa, ich kann nicht einschlafen Emma, hör jetzt bitte auf mir zu diskutieren, zieh jetzt bitte die Stiefel an Hör mal, wir müssen mit Isabel zum Arzt, ok? Nein, ich will mal meine Sturz Keine Diskussion Ich würde mich wieder melden, ich denke morgen geht's mir besser, alles klar Wiederhören Aber du hast nur den einen Emma, kannst du bitte aufhören? Ja Emma, hörst du bitte auf und setz dich hier zu mir? Familie und konstruiertes Arbeiten, das passt ja unbedingt zusammen Sei doch froh, du hast doch zwei tolle Mädchen Ich hab irgendwie immer den richtigen Moment verpasst Papi, Papi! Emma, geh da runter Emma! Wo ist Christine? Mann, ich hab ihr Sorgen gemacht Du brauchst jetzt hier nicht die beleidigte Leberwurst spielen Ich schaff's einfach nicht Auf der Probebühne ist ein Sofa, das zieh ich jetzt hin Solange bis ich mit dem Stück klarkomme Das hier ist nicht einfach nur ein verdammter Karriere-Ego-Trip Das ist auch harte Arbeit, mit der ich übrigens das Geld für die Familie verdiene Das ist auch Arbeit mit den Kindern, ja? Du klingst wie eine frustrierte Ehefrau aus den 50er-Nicht Aber da bist du der passende Mann dazu Wo ist Papa? Übrigens, ich hab in der Klinik angerufen Und denen Bescheid gegeben, dass ich morgen auch noch krank bin Toll Ist das jetzt eine Medaille, oder was? Weißt du noch, was du gesagt hast, als ich mit Käthe schwanger war? Wir kriegen das schon hin Das hast du gesagt! Ja, aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt den Rest des Lebens die Kinder alleine großziehe Meine Mutter sagte so, das ist ein Terror-Regime Also dachte ich mir, es wäre auf keinen Fall verkehrt Wenn sich den Fakrall dieser Leute eine Kugel vor Erz Und alle Alles, was ich will Na 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 Ist nur die Regierung stürmste Ich sag alles, was ich will